Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde. Ich hoffe euch allen geht's gut. Ihr seid alle gut in diesen Tag gestartet. Momentan traden wir knapp unter der 20.000 US-Dollar-Marke. Klar, die Inflationsdaten waren ein bisschen schlechter als erwartet wurde. Trotzdem pumpt der Markt wie blöde. Wir sind bis auf 18.000 US-Dollar zumindest auf Bybit gefallen. Auf Binance kommen wir gleich nochmal zu sprechen in den Chart. Und sind seitdem wirklich hier an die 20.000 US-Dollar-Marke gekommen. Also wir haben 10-11% Pump hier gesehen. Ist das wirklich nachhaltig? Das schauen wir uns im heutigen Video an. Des Weiteren schauen wir natürlich noch auf die größeren Timeframes, auf ein paar Altcoins. Und ja, morgen werde ich dann wahrscheinlich die Bitbox verlosen im morgigen Video. Also heute habt ihr noch die Chance das Altcoin, also das große Altcoin-Update-Video zu kommentieren. Morgen werde ich es dann früh im Video auslosen. Also wer da noch nie mitgemacht hat, gerne noch mitmachen. Ansonsten lasst dem Video ein Like da, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und wenn ihr Bock habt, drückt auf die Glocke, dann werdet ihr immer benachrichtigt. So, und jetzt würde ich sagen, gehen wir sofort in die Charts rein. Wie gesagt, 19.800 US-Dollar traden wir momentan. Wir haben im Endeffekt jegliche Widerstände einfach durchbrochen. Wir gehen jetzt nochmal ganz kurz auf den 1-Stunden-Timeframe. Und sehen einfach hier, wir sind bis auf 18.200 US-Dollar runtergekommen. Das war dann der Moment, wo die Inflationsdaten bekannt wurden. Aber es war jetzt nicht der große Crash, den sich vielleicht viele erhofft hatten. Klar, die Zahlen waren 0,1% schlechter als erwartet. Also von 8,1% war prognostiziert. 8,2% ist es geworden. Aber wir sehen langsam so ein Tableau, sag ich mal, wo sich kaum noch was rührt. Kurz darauf hat der Präsident in den USA gesagt, nee, nee, die Inflation ist eigentlich nur die letzten drei Monate bei 2% gewesen. Ja, daraufhin Märkte auch komplett gedreht. Wir haben jeglichen Abverkauf, den wir davor gesehen haben, komplett wieder aufgefüllt. Und sind dann, wie gesagt, jetzt knapp in die 20.000 US-Dollar-Region vorgestoßen. Tja, wir sind also höher, als wir die letzten Tage waren. Der ganze Abverkauf vorher. Im Endeffekt fast durch eine Manipulation. Die Märkte gehen runter und dann im Endeffekt drehen sie doch nach oben. Trotzdem gehe ich nochmal davon aus, dass wir einfach diese Kurse nochmal da unten sehen. Hat den Aspekt, dass ich mich ganz ehrlich auch schon in einem Short verbrannt, weil ich gedacht habe, okay, wir gehen eher runter. Deswegen bin ich jetzt momentan erstmal ein bisschen Seitenlinie beobachtet. Ich verstehe das aber ganz genau, denn wir haben mehrere Voids. Das eine liegt zum Beispiel jetzt hier ganz frisch. Hier in diesem Bereich haben wir eine größere Ineffizienz, die bis ungefähr 19.400 US-Dollar geht. Und natürlich auch die größere, die wir hier unten dann gebildet haben. Hier diesen Bereich bis 18.500 US-Dollar. Gleichzeitig haben wir eine Menge, Menge Volumen hier unten drin liegen. Das heißt, eine riesige Volumenkendle, die hier unten reingekommen ist, durch die ganzen Longs, die eröffnet werden. Und normalerweise werden solche Candles auf jeden Fall früher oder später gefüllt. Normalerweise immer lieber ein bisschen früher als später. Was jetzt hier noch sehr, sehr interessant ist, also wir gehen jetzt mal hier noch ganz kurz auf den 4-Stunden-Timeframe. 200 der SMA, 200 der EMA. Momentan überwunden. Die 3% wurden noch nicht erreicht. Heißt, wir haben noch etwas Luft, was unseren Widerstand hier, sage ich mal, anbelangt. Der Aeros Eye ist mittlerweile im übergekauften Bereich angekommen. So, jetzt gehen wir mal ganz kurz ein bisschen, ziehen das Ganze weiter runter. Wir haben ja hier, sorry, ein bisschen erkältet. Wir haben ja hier gestern noch drüber gesprochen, wir bilden Higher Lows. So, Bybit-Chart sind wir drunter. Wir waren hier bei 18.2. So, jetzt gilt es aber darum, auch mal andere Charts zu vergleichen. Da schauen wir uns jetzt hier mal, das machen wir mal ganz kurz weg, den Binance-Chart an. Und da sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Und zwar haben wir auf dem Binance-Chart momentan nämlich weiterhin Higher Lows gebildet. Also, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Und was man auch dazu sagen muss, das Volumen ist auch hier noch relativ krass. Also, auf Binance haben wir noch kein Lower Low erreicht. Wir sind weiter hier bei Higher Lows. Auch auf dem Daily-Timeframe müssen wir ein bisschen im Auge behalten. Dann sieht man das auch ganz gut. Trotzdem gehe ich hier weiterhin den Weg. So ein Lower Low wäre jetzt einfach nicht verkehrt aufgrund dieses ganzen Volumens. Wir haben uns aber zumindest hier die Volumina, wenn man das so sagen kann, erst einmal gefischt, was da drunter lagen. Deswegen, ich bin noch nicht ganz begeistert. Wir sind hier weiterhin natürlich in einem Downtrend. Die Daily-Emer-Rhythms sehen noch ein bisschen bearish aus. Und das würde jetzt natürlich viel dafür sprechen, einfach nicht nur auf Bybit diese ganzen Stop-Losses oder diese ganzen Long-Positionen, die hier unten liegen, sondern auch bei Binance diese tieferen zu holen, um dann wirklich eine Rallye zu starten. Also, ihr seht, jeder Chart ist momentan unterschiedlich. Und auf Binance haben wir auch schon öfters angesprochen, das Volumen, was hier momentan reinkommt, ist extrem, extrem hoch. Und wenn wir uns das nicht fischen würden, wäre schon, sage ich mal, für die großen Fische nicht ganz gut. Jetzt noch mal kurz der Blick auf den Daily-Chart, hier auf den Bybit-Chart. Wie gesagt, hier haben wir ein Lower Low erstmal gebildet. Der Trend wurde kurzfristig gebrochen. Hier sieht es aber wiederum schon danach aus, okay, wir haben uns die Liquidität, die hier drunter lag, absolut geholt. Und dagegen kamen die Gegenreaktionen. Und vom Daily-Chart aus her sind wir jetzt im Falling-Redge natürlich auch ausgebrochen. Und das auch ein bisschen mit viel, viel mehr Dynamik, beziehungsweise mit viel mehr Impulsivität momentan. Klar, die Daily-Emer-Rhythms sind noch im Weg. Aber trotzdem, vom Breakout-Punkt her sieht das Ganze ganz gut aus. Jetzt gucken wir uns noch mal ganz kurz den Weekly-Time-Frame an, wie es hier aussieht. Da fehlt uns ganz ehrlich auf dem Bybit-Chart noch ein bisschen das Volumen. Klar, wir hatten jetzt hier diese schöne Candle nochmal reingedippt und jetzt schöner Pump nach oben, wäre jetzt wirklich wünschenswert. Aber das Volumen hier fehlt einfach noch. Kurzer Blick nochmal auf den Binance-Chart. Da sind wir auch noch bei abfallendem Volumen. Gut, wir haben aber auch noch heute, Samstag und Sonntag, wo noch ein bisschen Volumen reinkommen könnte. Trotzdem so richtig Breakout-verdächtig sieht es meines Erachtens noch nicht wirklich aus. Deswegen immer noch ein bisschen vorsichtig. Ich gehe weiterhin davon aus, dass wir eben nochmal diese 18.000 US-Dollar holen. Das wäre einfach Wunschszenario, dass wir hier nochmal runterkommen. Jetzt noch hier von mir aus ein bisschen konsolidieren. Dann kommt wieder so ein Bart-Simpson-Pattern und so. Jeder schreit wieder. Dann gehen wir runter, holen uns die Liquidität, bilden ein tieferes Tief. Und gleichzeitig würden wir dann auch einen schönen doppelten Boden bilden und dann vielleicht in der neuen Woche hier wirklich dieses Breakout hinzukriegen. Das wäre so momentan der Fahrplan, den ich sehe. Okay, ansonsten seht ihr, habe ich nochmal ein kleines FIP-Level gezogen von unserem High bei ungefähr 22.800, also genau vor vier Wochen, bis zu unserem Low, was wir jetzt gebildet haben. Demnach hätten wir sogar Luft bis 21.100 oder 20.900 US-Dollar. Das ist gerade das, wo ich ein bisschen momentan am überlegen bin, ob ich hier überhaupt nochmal eine neue Short aufmache. Aber wie gesagt, es ist gerade aufs Messerschneid, der SMA 200, der EMA kämpfen hier bereits. Ob wir da nochmal 1.000 Dollar Pump sehen, weiß ich nicht. Deswegen momentan lieber ein bisschen Finger weg, bis sich das alles ein bisschen einpendelt. Aber trotzdem 2.000 Dollar Pump innerhalb eines Tages dann nach den Inflationsdaten ist schon mal ein gutes Zeichen. Wie gesagt, Weekly Close ist meines Erachtens trotzdem ein bisschen entscheidender. So, dann bei Ethereum im Endeffekt das gleiche Spiel hier. Hoffe ich eigentlich auch noch auf tiefere Kurse, bevor wir dann also unten noch die Liquidität holen. Die Buy Zone wurde wiederum getroffen, wo wir ja schon mal drüber gesprochen haben. Also unsere große Buy Zone aus dem Altcoin Update Video auch. 1.230 bis 1.150 genau in der Mitte nochmal abgeholt. Das heißt, bei mir wurde auch nochmal ein bisschen was nachgekauft in dieser Zone hier. Also es sieht auch gut aus. Trotzdem würde ich mir auch hier wünschen, nochmal dieses Lower Low einfach nochmal zu kriegen, aufgrund der Liquidität, die hier unten liegt. Dann XRP, auch 200 SMA schön gebounced, nachdem auch der RSI hier deutlich überverkauft war. Also auch hier hat er 200 SMA eigentlich wieder einen schönen Anreiz zu geben, Long zu gehen. Auch beim 200 EMA nochmal schöne Reaktion gesehen. Wir haben nicht darunter geschlossen. Wichtig auf jeden Fall. Trotzdem, ich weiß nicht, ich traue dieser ganzen Situation einfach momentan nicht. Wir machen mal ganz kurz hier dieses Fit Level weg und ziehen jetzt mal von unserem letzten Hoch zum Low. Da sind wir jetzt genau an unserem Golden Pocket hier angekommen und an dieser Ineffizienz. Wir haben noch etwas Luft nach oben, muss man auch dazu sagen. Prozentual Luft genau 3%. Also Short-Szenario hier, ein bisschen vorsichtig sein. Trotzdem gehe ich hier auch nochmal davon aus, dass wir uns einfach diese Lows hier noch holen. Hier liegt einfach zu viel Liquidität, als dass wir uns die nicht holen würden. Und von da aus dann am Wochenende mit deutlich, deutlich weniger Liquidität, sage ich mal, die vorliegt, einfach dann so langsam, aber sicher nach oben hinstellen. Klar, wir hätten dann wieder CME Gaps. Ob die dann früher oder später nochmal gefüllt werden, wird sich zeigen. Aber das wäre auf jeden Fall im Bereich des Möglichen, was ich mir vorstellen könnte. Dann B&B auch hier Kaufzone getroffen. Ganz, ganz wichtig. Auch hier wieder. Und B&B dann natürlich auch mit dem nächsten Pump nach oben. Gefällt mir relativ gut. Aber auch hier das gleiche Spiel. Sehr, sehr viel Volumen, was hier reingekommen ist, mit eben dieser Long-Candle. Und das ist meines Erachtens immer noch das Zeichen, dass diese früher oder später geholt wird. Jetzt haben wir hier die ersten Probleme an den 4 Stunden E-Mail-Ribbons. Der 200er SMA kommt in die Nähe. Da haben wir zwar noch etwas Luft, aber da kommt es dann wirklich auch drauf an. Kann Bitcoin da noch ein bisschen nachziehen, die 1,5% nach oben. Also wir kommen jetzt so langsam in Gefilde, wo sehr, sehr viel Short-Lastig auf jeden Fall kommt. Aufgrund 200er SMA, 200er EMA, aufgrund der EMA-Ribbons auch teilweise. Also ich wäre jetzt wirklich vorsichtig, hier noch irgendwie nachzulongen oder so. Der ganze Markt momentan sehr, sehr grün. Eigentlich, das gehen wir von den Lows ab, hat jeder 8-10% gemacht. Auch mal der Blick auf Cardano, der gestern noch zu Tode gehatet wurde. Von unserem Low bis zu unserem High, sage ich mal, jetzt waren es knapp 11,5% Pump, den wir uns hier geholt haben. Aber wir retesten gerade diese ehemalige Range. Die wird jetzt noch relativ interessant, ob wir hier dann auch diesen Reversal kriegen. Und hier liegt natürlich auch sehr, sehr viel Volumen. Also für mich spricht momentan einfach mehr dazu. Nochmal hier runter die Liquidität holen, ein bisschen konsolidieren und dann vielleicht in der neuen Woche einen impulsiven und mehr, viel, viel mehr Schwung, sage ich mal, nach oben hin dann zu pumpen. Ja, soviel zu den Altcoins. Wenn ihr irgendwelche Altcoin-Wünsche habt, schreibt sie unten gerne in die Kommentare. Dann schauen wir uns das am Wochenende über an. Schauen wir uns noch die News an. Brasilianischer Fußballclub akzeptiert Krypto als Zahlungsmittel. Schon mal sehr, sehr gute News. Und warum ich im Oktober Bitcoin kaufe. Für jeden, den es interessiert, gerne mal bei Kryptoguru vorbeischauen. Natürlich, Sparpläne laufen. Aber warum? Ich habe es auch schon öfters gehört, dass Leute speziell im Oktober dann einfach kaufen. Also gerne mal durchlesen. Ich kann euch den Artikel auch gerne später noch in die Telegram-Gruppe posten. Ansonsten würde ich sagen, wenn ihr Bock habt, die Bitbox noch zu gewinnen, heute habt ihr noch die Chance. Morgen werde ich dann auf jeden Fall in dem Video auslosen. Dann habe ich ja noch überlegt, Reaction-Videos zu machen. Also wenn ihr irgendwelche Video-Vorschläge habt, die ich mir angucken soll und darauf reagieren soll, gerne unten in die Kommentare reinschreiben oder in die Telegram-Gruppe. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Start ins Wochenende. Wir hören uns dann morgen früh zum Update-Video wieder. Bis dahin. Ciao, ciao und stay crypto. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Vielen Dank.